Ich finde das heraus. Ich finde das heraus ist nicht real. Du bist nicht real. Die Waffe ist gar nicht in deiner Hand. Die Waffe ist in meiner Hand. Schön für dich. Das ändert überhaupt nichts. Warum willst du eine Waffe an deinem Kopf halten? Nicht an meinen Teil an. An unseren. Interessant. Was soll das werden, Ikea-Boy? Hey. Es geht um uns beide. Rede. Tyler. Ich will, dass du gut zuhörst. Verstanden? Okay. Meine Augen sind offen. Was riecht dir so komisch? Ich will, dass du gut zuhörst.